Ja, guten Abend, liebe Zuschauergesellschaft, und herzlich willkommen zu einem weiteren Dave the Diver-Stream, wo Dave erstmal eine Nachricht bekommen hat. Ich habe das Spiel gestartet und da hatte ich instant diese Message. Ich kann mich nicht daran erinnern, so aufgehört zu haben, aber so habe ich mal keine Taste im Spiel gedrückt. Man sieht, dass ich noch nicht mal auf dem Controller umgeschaltet habe. Ja, was haben wir beim letzten Mal gemacht? Wir hatten mit dem Seevolk zu tun gehabt und haben das Nachttauchen freigeschaltet. Wir waren noch nicht Nachttauchen, aber das werden wir heute definitiv einmal machen, weil man bei Nacht auch diese Moräen fangen kann. Und die will ich ja schon die ganze Zeit fangen. So, Controller, aktiviere dich. Hm, eine Nachricht, soll ich sie mir einmal ansehen? E-Mails. Quallenparty, Tourismusgremium Blaues Loch. Hallo, Einwohner, wir haben endlich ein Tourismusgremium gegründet, um für das neu entdeckte, mysteriöse Blaue Loch zu werben. Unsere erste Veranstaltung findet in drei Tagen statt. Die Quallenparty. Pizza zählt es weiter, falls ihr es zu Rungs kennt, die zum Thema passende Quallengerichte servieren. Okay, wahrscheinlich kriege ich da für Quallengerichte ultra viel Geld. Das heißt, ich sollte auf jeden Fall alles an Quallen mitnehmen. Oh, eine Party. Das sieht ein Bild, sieht nett aus. Hm, aber wollten Sie diesen Ort für den Tourismus öffnen? Naja, ich hoffe, es wird nicht zu chaotisch werden. Naja, es ist eine Party aus anders als eines speziellen Tages. Wir warten nur auf mehr Gäste. Hautnachricht ist das Thema der Party Quallen. Quallengerichte sollten also gut ankommen. Es ist der 15. Oktober, also bleib uns doch drei Tage. Haha, bereite Quallen vor. Egal welche Art, das wird ein gutes Geschäft werden. Bei Veranstaltungen tauchen besondere Gäste auf. Bereite Speisen, die sie mögen, im Vorhaus vor. Vielleicht holst du ja den Jackpot. Bei Veranstaltungen tauchen besondere Gäste auf. Die sehen lustig aus. Okay, derselbe Text, nur mit einem anderen Bild. Okay, ich will auf jeden Fall alles an Quallen fangen, das mir irgendwie über den Weg läuft. So, hab nur was angepasst. Darunter jetzt auch meine Ausrüstung. Ich wollte ja eigentlich dieses eine Amulette mitnehmen, ne? Ne, nicht den Giftwiderstand. Hier. Hier. Und dieses Tüntenfisch-Armband, das hätte ich gern. Dauerstoff bin ich momentan ganz gut bedient. Äh, bei Eye Diver? Ich wollte meinen Taucheranzug upgraden. Die Apu-Nummer aufzubessern, das klingt auch nach einer Idee. Wir haben jetzt die Haifisch-Apun-Kanone. Die nächste, die sieht krass aus. Oh, hab ich schon wieder kein Geld. Oh, wie viele Schüsse zum Verkaufen. So. Er verkauft die Bombenfallen. Sauerstofferweiterung. Gekauft. Und Sauerstoffkapseln. Okay, wir brauchen so, äh, ähm, Moränen-Küri. Dafür muss ich erstmal Moränen überhaupt erst fangen. Zu der Zufahrtsstraße. Und sammle Seeengel. Willst du sonst noch irgendwer was von mir? Bei Cookstar sehen wir was. Ja, das sieht lecker aus. Hat er endlich mal ein gutes Foto geschafft? Okay, er hat doch kein gutes geschafft. Er sollte eigentlich eher den Text, glaube ich, dann im Bild haben. Ach, nö, Bacon hast du schon wieder zu viel getrunken. Was hat er da erforscht? Also, klar, er erforscht das Fischvolk. So, bei Marienka sehen wir auch recht weit. Ach, das ist die Moräne auf dem Bild. Oder? Nee. So viele Viecher, die wir noch finden müssen. Ach, das fällt mir auch jetzt. Hier steht auch bei, ob die nur bei Tag oder bei Nacht zu fangen sind. Es gibt offenbar zwei Haie, die nur bei Nacht auftauchen. Beim Waffenladen kann ich doch gar nichts herstellen, oder? Doch, ich kann das Gewehr verbessern. Will ich das verbessern? Eigentlich will ich jedes Gewehr einmal haben, ne? Nee, ich wäre erstmal für so ein Schockgewehr. Immer wieder lustig, diese Sequenzen. Nein, nicht ausrüsten. Okay, er hat sie nicht ausgerüstet, gut. Rein da. Habe ich eigentlich mittlerweile alle Apps? Nee, zwei fehlen noch. Von euch brauche ich noch ein paar. Ach ja, stimmt. Bei dem Dicken geht's nicht. Ich vergaß. Hochwertiges Katzenfutter. Gut, kommst du mir nicht. Okay, ihr beide wollt auch noch ein Netz. Aber eigentlich müssen wir eher Quallen fangen. Euch soll ich jetzt fangen können, ne? Jo. Das sind auch schon die ersten Quallen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese tiefsten Quallen, diese Explosiven, richtig was wert sind. Genau, schritten alle wieder darüber. Soll ich euch im Bestfall alle auf einem Haufen fangen kann. Ja, ohne Netzkanone sind die nur mit der Stufe 1. Ah, mit den Taucheranschuhen kann ich auch die Segel einsammeln. Ja, mit diesen Taucheranschuhen solltest du wirklich sein Segel einzusammeln. Segel-Sushi, allein der Gedanke, da lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen, sind die nicht extremst giftig? Also du musst wissen, was du isst, Dave. Ich würde da nicht reinbeißen. Weiß auf jeden Fall die Netzkanone. So, wir haben Garnelen gefangen. Ah, das sind diese Seeengel. Und die wiegen auch nix. Ihr Fischi-Fisch. Irgendwas sieht der. Oh, nein, das ist der Tinten für schon neulich. Er verspürt schon wieder Tinte. Diesmal lasse ich dich nicht entkommen. Warte nur. Die Rückkehr des Tintenfischs. Die Rache wird mein sein. Ich mach mehr als einen. Sehr gut, der Weg ist frei. Warte nur Tintenfisch. Hey, wie kannst du das Wagen zweimal Tinten versprühen? Diesmal guckst du nicht davon. Warte schon nach Takoyaki. Oh, wie schlimm bist du denn? Oh, er ist wieder ein Kumpel. Er ist wirklich sehr schnell. Hm, er hat wieder etwas fallen gelassen. Hm, er lässt jedes Mal etwas fallen. Vielleicht ist er nicht so boos auf, wie ich dachte. Trotzdem will er ihn essen. Scheint ein Artefakt zu sein. Das soll ich an der Oberfläche identifizieren. Das ist ja ein Kurzsprint, ein Strecken-Sprint, der ist so useless. Ich nehme ihn nie wieder mit. War das jetzt eine Abkürzung? Es tut mir leid, aber diesmal wirst du gegessen. Wieso bist du giftig? Reich einer Schimäre. So, und jetzt Einfangen. Ich glaube, anders kann ich dich auch gar nicht mitnehmen. Blut, Bauch, Rippen, Qualität, sieben Kilo. Was fressen die hier denn? Die alle so viel wiegen. So, weg mit den Bauern Muscheln, dann bin ich ja wieder im grünen Bereich. Oh, du bist zurück, Mensch. Ich hatte schon Angst, du wärst auf dem Rückweg von einem Kragenhai gefressen worden. So, rede. Ich rede für jemand, den ich kenne. Ich denke, ich werde den Pfahl rausziehen können, wenn ich die Taucherhandschuhe von Dr. Bacon benutze, der an Latt lebt. Bacon? In unserer Sprache klingt dieser Name wie verdorbenes Pfahlfleisch. Ja. Ähm, okay, warte einen Augenblick. Lass mich versuchen zu ziehen. Raus damit. Geh da aus dem Weg. Irgendwie liegen da jetzt nur noch mehr Steine drauf. Wirkungsvoll, aber nicht effektiv genug. Ich denke, ein weiter Versuch, keine genügend. Mensch, da drüben ist noch ein weiterer Felsaufen. Ähm, da drüben gibt es nichts bewegliches. Ich muss erst Dach sehen. Ich glaube, ich habe hier auch eine Abkürzung freigeschaltet. Ich werde als nächstes wieder die Frachkiste verbessern. Alter, dieser Mini-Boost, den ich davon bekomme, der ist so... Der ist echt nicht praktisch. Hier sind auch wieder Quallen. Ich will die sammeln. Rippenquallen. Ich weiß nicht, was du bist. Aber ich werde dich jetzt fangen. Ein Zigarrenhai? Das ist aber der kleinste Hai, den ich je gesehen habe. Okay, ich muss erst was wegwerfen. Ganz ehrlich, weg mit denen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die W's nicht mehr wert sind, als die Quallen, die ich dabei habe. Da ist auch wieder so eine Explosive. Warum haben wir mich jetzt nicht so in der Frachkiste? Wo ich Sachen reinwerfen kann. Ich denke einfach, wenn die zukommen und schmeißt das andere Haifleisch weg. So, ich habe jetzt nicht vor, noch irgendwas weiteres einzufangen. Also in die Ferne damit. Und wir haben ein Betäubungsgewehr. Da ist Luft für mich. Da ist wieder was Böses. Ja, komm ruhig näher. Ach, eine Qualle würde noch reinpassen. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich jetzt noch dafür das Gewehr genutzt. Wo ist denn die Einserqualle? Weg damit. Du siehst nicht so aus, als ob du mich mögen würdest. Du erst recht nicht. Nein, geh weg von mir. Geh weg von mir. Ich mach dich kaputt. Nimm mir das hier und schwimm nochmal runter. Zum Glück habe ich das Ding erstmal stehen lassen. Dass es die Luft gibt. Ah, Luft. Gut, das Positive an diesem Sprintboost ist, er verbraucht nix. Dafür brauche ich eine Spitzhacke. Kann ich auch einen Stein drauf werfen, wenn das funktioniert? Nö. Ich hab schon gesehen, dass da unten nochmal so ne Walle ist. Ach, schon wieder dieses Drecksvieh. Hütten ist ein Fall, wenn ich den herausziehe. Ich glaube, erstmal muss ich mich um den Drecksack kümmern. Die sind so kacke zu treffen. Heslon. Und weg damit. Und? Weg offen? Weg offen. Dann gönne ich mir jetzt hier die Luft. Wow, Mensch, gut, da ist unser Weg. Du bist nützlich, als du aussiehst. Das Dorf ist ganz in der Nähe. Komm durch das Loch rein, das du gerade geschaffen hast. Ich gehe voraus. Warte, ich kann auch jetzt gehen, oder nicht? Hör dir doch mal selbst zu. Hast du dir keine Sorgen um Ramo? Oh, aus dem habe ich eine Bitte an dich. Also, ich möchte, dass du mit uns ins Dorf kommst. Das Dorf des Seefolgs? Ich? Ja, es gibt einen Grund, warum ich den ganzen Weg bis zum Menschen mir zurückgelegt habe. Ich habe eine Bitte. Okay. Na, vorher gönne ich mir die Luft, bevor ich zu euch komme. Der Fisch, der guckt mir schon so böse an. Warum hassen mich die Fische alle? Der lässt seinen Blick auch nicht von mir ab. Der beste Weg, um runterzukommen, wird der Schaufel zustechen. Ich glaube, das braucht mehr als das UV-Licht. Das ist ja gut. Und, damit gibt's ein Fotografii. Hallo. Oh. Oh, davon krieg ich so richtig guselige ... Schwingungen. Da ist wieder so ein Beben. großer fisch große fisch also etwas hat sich gerade an mir vorbei bewegt Mensch geh vor ein und sei unser Speer aber es ist wirklich dunkel ich habe das Gefühl das soll etwas gefährliches sein und ich nahm Arsche schienen Ochse wir haben wieder ein Bossfight vor uns ich spüre es du spürst die Gegenwart einer gefährlichen Kreatur hat das bestätigt weil ich gerade gesagt habe wir haben etwas böses vor uns Was ist das? Warum erfüllen sie Ströme in diesen Tiefen? Ich will den Fischboss ganz auf dem Bild haben Ich weiß nicht was das ist ich will den Fischbüller und diese Depressionen Irgendwas muss hier sein warum sollte ich auch alleine kommen? Hallo, mich der Fisch zeigen sie mir doch mal die Handblitz Danke Danke Wolfsaal Was ist das? Gibt es so große Wolfsaale? Oh, ich glaube nicht, dass ich davonlaufen kann Ich habe ein Problem, eine andere Knarre hat keine... Nein, nein Ich will nicht gegessen werden Wo ist der? Da ist er Munition Und Waffe Vielleicht ist da ja eine praktischere Waffe als meine drin Nein, ein Verbesserungsaufsatz, aber ich muss es nehmen Oho, das sieht echt hart aus Hm, der leuchtende Punkt auf dem Schwanz, er sieht schwächer als der Rest des Körpers aus Okay, ich muss auf den Schwanz ziehen Aua Ich sollte am besten in der Nähe von diesen Ankern bleiben Okay, wie der Anker von ihm funktioniert habe ich schon gut bemerkt So, jetzt kommt er von links Und ähmt offenbar auf mich Okay, ich muss echt nah stehen zum Treffen Ich will nicht Die Kampfmusik ist echt geil Böser Fisch Kann ich ihn erst so ein bisschen nach oben locken? Und dann nach unten schwimmen? Oh, der steht direkt vor mir Na oben, na oben, na oben Ich will das nicht Aber ich glaube, ich habe ihn bisher gut Damage gedrückt Obwohl ich gerade aufs Maul bekomme Ich habe ihn mit der Schaufel gerettet Hä? Was habe ich denn da abbekommen? Wie soll ich dem Anstreng nie ausweichen? Ist er tot? Ich glaube, er ist tot Oh, wie kann ein Wolf erst so groß werden? Ja Ich war gerade dabei herzukommen und ihn zu bekämpfen Ich bin wohl etwas zu spät dran Ja, wem willst du das erzählen? Du bist stärker als ich erwartet habe, Mensch Siehst du das große Tor da drüben? Das ist der Eingang zum Dorf Geh voran, Mensch Ja, aber dieser Haie Ach, dieser Aal will zerlegt werden Ich will das Zeug von hier hinten noch einsammeln Warum darf ich nicht? Ich möchte zwar vorangehen, aber ich muss Rabo beschützen Ich bin nicht ängstlich oder so, überhaupt nicht Ich hoffe, dass dem Menschen nichts passiert ist Beeil dich, Mensch Endlich sorgt sie sich mal um mich Ich verbrauche ja auch keine Luft Das merke ich jetzt erst Ich bin aber auf jeden Fall voll Oh Oh Endlich sind wir wieder im Eingangsbereich des Dorfes Ah, aber du hast doch einen Schlüssel, oder? Oh nein, ich habe den Schlüssel dort in der Bahnweinscherz Ich habe ihn hier in meiner Tasche Oh, ich dachte schon, du würdest mich bitten, dich noch einmal mit rüberzulegen Stecken wir den Schlüssel rein und gehen ins Dorf zurück Das ist eine sehr schöne Stadt Wow, das ist also Aha, stimmt Das ist das Seefolgdorf, in dem wir leben Wenn man sich vorstellt, dass es hier mehr so einen Unterwasserort gibt Moment Wie, wie ist ein Mensch hier reingekommen? Hm? Hm? Rabenburg, so warm? Wundert ihr von diesen Menschen empführt? Tenshin erwartet dich Er hat vor Sorge um dich keinen Schlaf gefunden Äh, es ist irgendwie schwer zu erklären Aha, erlaube mir, ich habe Rabenburg gerettet, nachdem sie von einem Kalman führt wurde Vergiss es, bring mich einfach zu meinem Vater Es wird schneller gehen, wenn ich ihm alles erkläre Ich habe nichts getan Ich habe eine schwarze Bildschirm Was ist unter Wasserdorf entdeckt? Ich erwarte die ganze Zeit eine Sequenz, deswegen kann ich mich gerade nicht ins Bild Ach du meine Güte, Rabo, meine Tochter Wo warst du mein liebes Mädchen, dein Papa, dein Papa war zu Tode besorgt Ich verletzt, haben dir die Menschen etwas angetan, meine Tochter Warte, wer ist das da neben dir? Ich dachte, du hättest eine blaue Seekuh mitgebracht, aber das ist ja ein Mensch Was geht hier vor? Ich wünsche eine Erklärung Du weißt, dass hier in letzter Zeit merkwürdige Dinge passiert sind, oder? Die Erschütterung zum Beispiel und das Eis, das vom göttlichen Baum schmilzt Natürlich, Rabo, ich habe mich mit den Ursachen beschäftigt Es geht schon zwei Jahre so, du weißt, dass unsere Technologie ihre Grenzen hat Wir, okay, die alten Texte sind alle verloren gegangen und wir müssen uns wieder neue Methoden ausdenken Wir können nicht einfach weiter warten, Vater Die Menschen sind egoistisch, aber sie besitzen gute Technologie, wir brauchen ihre Hilfe Nein, nicht die Menschen, denen kann man nicht trauen Wir haben unser Haus beschmutzt und sogar unsere Artgenossen gejagt, um sie zur zauten Schau zu stellen Sie sind böse Kreaturen, die uns jagen und uns bestehen wollen Wir können uns nicht mit solchen Leuten verbinden, die... Ein weiteres gigantisches Beheben! Siehst du, etwas wirklich Schlimmes wird passieren, wenn wir nichts unternehmen Ähm... Als mich ein Riesenkammer in die menschlichen Gewissen versteckt hat, war D4 zu still und hat mir geholfen Du warm sagt vorhin, dass er derjenige gewesen sei, der es getan hat, ja, der ist auch ein verdammter Lüchner Frag ihn doch, es kann nicht alle Menschen schlecht sein, oder? Ich meine, na ja Selbst wenn ich das wollte, würde die Dorfbewohner es nicht akzeptieren Hilfe vor Menschen zu bekommen, das wäre für alle nur schwer zu glauben Kein dieser Mann das Vertrauen des Dorfes gewinnen kann, werde ich über deinen Vorschlag nachdenken Hm, das Vertrauen des Dorfes! Und wie wäre das anstellen? Wie wäre es, sich umzuhören, was benötigt wird? Gut, da die lange Reise heute ziemlich anstrengend gewesen sein muss Mensch, komm morgen wieder hierher, du wirst dir die Wünsche der Dorfbewohner anhören müssen Moment mal, ich habe doch noch gar nicht zugestimmt Wie soll ich wieder den ganzen Weg hierher kommen? Hm Meine Bitte des Seevolks Wer illfrei Hm, da du sagst, dass du meiner Tochter Rahm geholfen hast, schätze es wäre meinem Volk nicht angemessen, deine Bedürfnisse zu finden, wenn du ein Mensch bist Erwende dir dies Was willst du? Es sieht aus wie ein gewöhnlicher Spiegel Dieser Fäden Seevolkspiegel wird dir, sobald er installiert, es ermöglichen, sofort in dieses Dorf zu reißen Wow, ist so etwas möglich? Verschiedene Katastrophen haben aber unseren Niedergang verursacht, aber unser Vorfahren war einst eine sehr fortschrittliche Zivilisation Und Tham besitzt mir nur noch ein paar ihre Relikte, traurigerweise Jedenfalls Entschuldigung Jedenfalls, wenn es nötig ist, in dieses Dorf zu kommen Und wenn du das hier in deinem Dorf installierst Als wirst dein Gesicht erkennen, als wirst nur du in der Lage sein, ihn zu benutzen Er funktioniert ebenfalls mit dem Licht des Göttlichen Baumes oder der Sonne, sodass du ihn nur tagsüber benutzen kannst Und ich gebe dir eine Karte, der Dorf, die du verwenden kannst Sie wird dir dabei helfen, die Dorfbewohner zu finden Hm, ein Teleportationsapparat, das du schon recht nutzen? Ich muss jetzt vorerst mit diesem Spiegel auf das Boot zurück Der Riesen-Wolfs-Hai Äh, Wolfs-Aal, warum sehe ich da ein Hai? 999 cm Einfach fast ein Kilometer groß das Vieh Okay, von den Rippenquallen ist offenbar 45 wert Die sind auch mehr wert, als ich gedacht hätte Der Segel ist irgendwie kaum was wert Die Blutbauch-Rippenquallen sind 50 wert Pro Stück Also klar, ich werde jetzt erstmal keine Quallen verkaufen, bis dieses Event da ist Und dieses neue Artefakt, was hört mir das? Tittenfischwaffen-Amulett Ein mysteriöser Glückwinger erhöht den Basisschaden der Waffe um 15% Ja, klingt zumindest nützlicher als das andere Kackding Warum ist eigentlich schon ein Abend? Ich denke, ich werde diesen Seevolks-Spiegel auf dem Boot anbringen Ich hab gesagt, dass ich tagsüber dabei zum, der auf das Seevolk reisen kann Richtig? Ich sollte morgen dorthin Tut mir leid, Leute, ich bin heute ein bisschen müde Oh nein, sieh mal wie spät es ist Banjo-Sushi muss schon aufgemacht haben Ich sollte mal vorbeigehen und nachsehen, ob etwas passiert ist, bevor ich wissen sollte Ich glaube, ich bin zu spät gekommen Ich sollte etwas aufräumen Hm? Frau Yoshi, was machen Sie denn hier? Oh, ich habe ja gerade Feierabend gemacht Und ging hier vorbei, da habe ich gesehen, dass das Licht immer noch an ist Manche scheinen schon nach Hause gegangen zu sein In letzter Zeit wirkte er immer so müde Ich mache mir Sorgen, dass er krank werden könnte Ja, aber andererseits freue ich mich, ihn wieder so hart arbeiten zu sehen Wo wir gerade über ihn reden, ich habe gehört, er hätte eine Zeit lang das Kochen aufgegeben Wegen eines gewissen Vorfalls Ja, damit dachte ich, er würde alles komplett aufgeben Ich frage mich, was passiert ist Das ist eigentlich kein so großes Geheimnis Ich habe es nur immer vermieden, im Batschus anwesend darüber zu reden Weil es ist ihm immer noch Schmerz Ich bin durst, ich könnte es mir bitte erst ein Glas Bier bringen Ab wann zählt es als 20%? Es gibt nichts Erfrischendes als ein Glas Bier nach der Arbeit Besonders schön ist natürlich der Meeresblick, während man sich abends einen Wink genehmigt Ich werde dir ein wenig im Banschus erzählen Und warum er für eine Weile das Kochen an den Nagel gehängt hat Es geschah vor zwölf Jahren Ja Ich dachte Sequenz Dies ist das Du Gong Hotel Hier habe ich vor zwölf Jahren gearbeitet Es ist ein Fünf-Sterne-Hotel mit einer langen Beschichte Es sieht ein bisschen alt aus, das stimmt Aber damals war die Qualität von Essen und dem Service hervorragend Yoshi, hast du mal kurz Zeit? Worum geht es, Chef? Naja, ein besonders schwieriger Gast hat eine Reservierung gemacht Ein besonders schwieriger Gast? Kenntest du die Schauspielerin Louise Crawford? Der hat in unserem Hotel ein Zimmer gebucht Louise Crawford Louise Crawford Du filmst damit eine lang erfolgreiche Karriere Die schauspielerische Leistung hat Fiona in einem ihrer bemühtesten Filme das 42. Stockwerk war äußerst beeindruckend gewesen Doch ihre Karriere schien allerdings einen kleinen Knick erlitten zu haben, da die letzten Filme nicht mehr so gut angekommen waren Der Mensch hatte praktisch sein ganzes Leben im Hotel verbracht Er wirkte, als sei er selbst zu einem Stück seiner Geschichte geworden Er wusste viel über die sozialen Verhaltensregeln der Oberschicht aller möglichen Länder Und er war da angewöhnt, mit vornehmenden Gästen umzugehen Viele VIPs verlangten extra nach ihm Das Dugogan Hotel ist ein Luxushotel mit langjähriger Geschichte und Tradition In der Vergangenheit hatten wir sogar schon Aristokraten zu Gast Aber viele berühmte Filme wurden hier gedreht Viele Menschen schätzen die Nostalgie einer vergangenen Ära Und wir hatten sehr hohe Standards für unsere Dienstleistungen Ich habe gehört, dass Louis Crawford sehr wählerisch sein kann Aber wir sind ein erstklassiges Hotel mit langer Geschichte und Tradition Ich glaube nicht, dass es mit ihr Problem gegeben wird Das stimmt wohl, niemand kann der Qualität dieses Hotels das Wasser reichen Wir haben auch viele Preise gewonnen Nur eine Sache, du hast die Gerüchte über sie nicht gehört, oder? Welche Gerüchte? Schau mal Das ist... Sie ist nicht nur eine Köchin, sondern auch eine Feinschmickerin Diesen Artikel hat sie kürzlich in einem Reisemagazin veröffentlicht Hm, hier beschreibt sie englisch nur ihre Reiseeindrücke Aber in Wirklichkeit ist das ein einziger Verriss des Hotels, in dem sie übernachtet hat Die Hotels der Gloriergatter sind die besten der Welt Und trotzdem hat sie diese vernichtende Kritik geschrieben Vielleicht ist sie einfach nur ganz besonders anspruchsvoll Die meisten ihrer Artikel sind so geschrieben, was sollen wir tun, Yoshi? Ja, wenn wir die Buchung ablehnen, wird die ja erst recht irgendwas Negatives schreiben, ne? Wir können ihre Buchung in der Frage schlecht ablehnen Das wäre für unseren Ruf genauso schlecht Dann müssen wir uns genau überlegen, was wir ihr zum Essen servieren Wir nehmen die Buchung an, aber wir müssen uns sehr genau überlegen, wie wir sie zufriedenstellen Du hast recht, hast du schon eine Idee, Yoshi? Äh... Die Stärken sind eine lange Geschichte und Tradition, sowie die Qualität unseres Services Weil wir beides nutzen, werden wir sie auch zufriedenstellen können Hast du eine Suite reserviert? Ja, eine Suite Die Suite muss picobello sauber sein, und ihren Geschmack genau treffen Die geben ihr die volle VIP-Behandlung Ich werde Getränke und Snacks recherchieren, die sie mag, und sie im Zimmer für sie hinstellen Und den Status des Zimmers voll überprüfen Wollen wir nehmen sie mit Empfang? Das sollte ich tun, denke ich Danke! Niemand außer dir kann mit so einem schwierigen Gast umgehen, mit all deiner langen VIP-Erfahrungen Ich bin irgendwie total angespannt Was die Gerichte betrifft, wir können ihr ein Frühstücksbuffet anbieten, aber sollten auf jeden Fall auch ein Gegenmittel zum Abendessen vorbereiten Hm... Ich finde die italienische Küche ist besser als französische Unser Hotel bietet Speisen wie in einem italienischen Bistro an à la carte Wir servieren Pasta oder Pizza mit einfachen Beinen Der Koch hat seinen Handwerk in Neapil gelernt Und seine Pizza Margherita ist gut, aber es wird für's Abendessen nicht reichen Japanisch? Japanische Küche des U-Gong Hotels war noch nie unsere Stärke Wir servieren nur O-Don oder einfaches Donburi Wir haben enorme Fortschritte gemacht, aber seitdem Bansho bei uns arbeitet, sind sie ziemlich stark gewachsen Bansho ist bekannt für seinen Talent, traditionelle Zutaten neu zu kombinieren Und über seine Gerichte wurde schon in Ausländischen Zeitschriften berichtet Er könnte unser Assem-Hermel sein Dann wäre also Japanisch unsere beste Option Bansho ist noch recht neu, meinst du, wir können uns auf ihn verlassen? Hm... Banshos Fähigkeiten sind dann los, aber der Schwachpunkt ist, dass er sich wenig um den Geschmack des End der Gäste schert Er mag es, die Leute mit neuen Aromen zu konfrontieren Seine Kreativität ist bemerkenswert, aber in diesem Fall könnte sie uns zum Verhängnis werden Wir haben es immerhin mit der berüchtigten Lois Crawford zu tun Ja, diese Promis sind meistens sehr, sehr eingebildet Verstehe, guter Punkt, aber ich denke, unsere beste Option ist es, mit Bansho zu reden und ihm alles zu erklären Finde ich auch, viel Glück, Yoshi Ich trinke mal eben was Der hat Bansho ja noch Haare Bansho bist du da? Oh Yoshi, was machst du denn hier? Ah, da bist du ja sehr gut Ich bin hier und zu schauen, wie es mit der Bitte des Menschers läuft Schau nicht ruhig um Es ist einfach nur eine gewöhnliche japanische Küche Bansho war schon ein spezieller Typ Er war eines Tages einfach aufgetaucht und drückte uns seinen Lebenslauf in die Hand Hatte in Japan Koch gelernt Die im Nebenlauf aufgelistenen Sushi-Restaurants waren erstklässig, aber Bansho war nirgendwo lange geblieben Er meinte, dass er jedes Mal weitergezogen wäre, wenn er genug gelernt hatte Der Manager hatte ein langes Gespräch mit ihm und vertraute ihm dann die Leitung unseres japanischen Küchenteams an Und fand ihn dann jeden Tag in der Küche immer hart am Arbeiten Er erforschte neue Gerichte, wenn es gerade keine Gäste gab Und er hasste es, wenn man ihn störte Hast du gerade etwas ausprobiert? Ähm, ja Ausprobieren bedeutet tausende Misserfolge zu erleiden, nur ständiges Ausprobieren, Zerschlüsse zum Erfolg Ich verstehe Ich habe gehört, dass dir das erforschte neue Gerichte sehr wichtig ist, Bansho Ich bin erleichtert, dich so leidenschaftlich bei der Arbeit zu sehen Was meinst du mit erleichtert? Bansho, würdest du gerne einmal für einen VIP kochen? Ja genau, wir haben bald einen sehr wichtigen Gast, der sehr gut für unseren Ruf sein wird Wo er ihn komplett ruinieren kann Ihr Name ist Doris Crawford Sie ist eine Schauspielerin und ihr Stand ist, ähm, legendär hoch Sie ist auch eine Restaurantkritikerin Du bist jetzt seit ungefähr einem Jahr im Dugong Hotel Seitdem hat unser japanisches Küchenteam, das nie besonders stark war, viel positive Aufmerksamkeit erregt Und dein Beitrag dazu war herausragend Das bedeutet aber auch, dass wir ab jetzt Gäste haben werden, die eine besondere Behandlung erwarten Meinst du also, ich soll versuchen, diese anspruchsvolle Dame Doris Crawford zufriedenzustellen? Ja? Ja, das ist sehr wichtig, Dugongs Ruf steht auf dem Spiel Hm... Was meinst du dazu? Für mich ist Kochen immer ein Kampf gegen mich selber, nicht gegen andere Ich will mir das perfekte Gericht zubereiten und dabei ist es eigentlich egal für wen Verwende einfach die besten Zutaten der Saison und wähle dann das passendste Rezept aus Klingt das ausreichend für dich? Also gut, die einzelnen Gerichte liegen ganz in deiner Hand, Pancho Aber was das Bedienen des Gastes betrifft, so möchte ich gerne ein Wörtchen mitreden Alles klar, du bist die Expertin, Frau Yoshi, wenn es um das Servieren von Gerichten geht Reden wir mal über die Schweißekarte Ich will wahrscheinlich Sushi Warum bin ich heute so müde? Kaiseki-Menü Kaiseki ist eine traditionelle japanische Speisefolge Eine Vorspeise kleine Gerichte in Sashimi-Gruppe und Keri-Röcher und gedämpfte Speisen werden der Hei nach angereicht Gefolgt von Reichs Dadurch kann der Gast viele Gerichte probieren Kaiseki gilt als die Quintessenz eines japanischen Gerichts Was denkst du über ein Kaiseki-Menü? Es ist sehr traditionell Kaiseki ist eine kalorienarische Kunde, in dem man einzelne Gerichte so wählt, dass ein einheitliches Thema ausgedrückt wird Also müssten wir Suppe, gekürztes, gedämpftes und vertiertes Essen so wählen, dass da so eine Art Geschichte entsteht Leider bei der jetzigen Küchenausstattung nicht möglich Also schön Da es ein Abendessen sein soll, denke ich, dass ein Gängen-Menü besser wäre als ein einzelnes Gericht Ich denke, wir sollten ein westliches Format der Gänge wählen Obwohl es in der traditionellen japanischen Küche nicht üblich ist, könnten wir dem Menü Vorspeisen, Sashimi, Beilagen, Sushi, Tempura und Dessert hinzufügen, was meinst du? Nicht schlecht, was hast du für jedes einzelne Gericht geplant? Mit der Suppe würde es anfangen Ein paar Minuten später Ja, ich denke, die würde vor dem Sushi passen Dann Tempura, Schrimms wären hier eine lokalische Wahl Hm, aber aus Schrimms etwas besonderes zu machen, wird nicht einfach sein Bis hierhin haben wir alles relativ normal gelassen Jetzt wäre der Punkt, wo wir Eindruck machen sollten Zu dem Thema habe ich bereits geforscht Möschst du meine Idee hören? Aber natürlich, schieß los Haifisch, und zwar Haifischkopf, genauer gesagt Was? Haifisch? Kann man die essen? Ja, und sie sind sogar sehr wohlschmeckend Und zu dieser Jahreszeit sind sie besonders fett und bersten vor Aroma Das Fleisch ihrer Wangen hat eine besondere, äh, feste Textur Die einen an eine Mischung aus Fleisch und Fisch erinnert Aber Haifisch ist schon eine exotische Zutat Können wir nicht etwas gewöhnlicheres nehmen? Zumal es sich hier ausgerechnet um Loris Crawford handelt Jeder Mensch weiß gutes Essen zu schätzen Jeder, der ein bisschen nimmt, wird wissen, dass es sich um das beste Essen aus den besten regionalen Zutaten der aktuellen zusammen handelt Hehehehe Hm, okay, ich werde drüber nachdenken Ich bin auch nicht ganz sicher, ehrlich gesagt Ehrlich gesagt glaube ich, dass es eine sehr schlechte Idee ist, Bancho Hm, wenn jedes Gericht servieren und das Ganze nach hinten losgeht, wirst nicht nur du davon betroffen sein Auch ich und der Mensch werden die Verantwortung tragen müssen Ihm ist die Gast im Dugong Hotel Und nicht in einem Restaurant, das nur du persönlich betreibst Ein Hotel müssen seinen Gästen stets und erholsamste Erlebnis bieten Ich darf dieses Erlebnis beeinträchtigen Und ansonsten wird das gesamte Hotel letztlich dafür verantwortlich gemacht Aber du weißt ja nicht, ob die es wirklich hassen wird Sie wird vom ersten Wissen an wissen, dass es eines der besten Gerichte überhaupt ist Aber es gibt immer eine Ausnahme von euch Sie wissen, dass sie extrem weh lesch ist Schade, aber ich verstehe, dann werde ich die Schirmtempore machen Obwohl sie keinem Vergleich zum Haifisch ist Da ist meine langersehnte Sequenz Und wahrscheinlich war eh die Kritik vernichten Ich sollte das Kochen ja nicht an den Nagel hängen wollen Bitte hier entlang, Frau Crawford Danke! Das ist der Koch, der heute ihr Essen zubereiten wird Banschuh Er ist jünger als erwartet Ich hätte gehofft, er wäre etwas erfahrener Meine Güte Schweigsamer Typ, hm? Von meiner Schönheit geblendet worden? Hahaha Er ist mir etwas nervös Aber er ist ein sehr talentierter Koch Das versichere ich Ihnen Ja, bin ich gespannt auf das Essen Ich habe den Zöffel Sie als recht annehmbar in Erinnerung Dafür, dass es schon so ein altes Hotel ist Ich mochte auch immer den Teppich und die Wandmalereien Das Interieur des Gloria Hotels ist mir immer etwas zu kitschig Aber dass es hier kein Wellness hinter gibt Das ist schon schockierend Ich muss täglich trainieren, um meine Figur zu halten Wir möchten, dass sie auch so erholsam wie möglich ist Jeder hat seine eigene Definition von erholsam Naja, die Bäder sind in Ordnung Also muss ich mich wohl damit zufrieden geben Was erwähnen Sie zum Abendessen? Ein japanisches Gegenmenü Hier ist die Speisekarte Banschuh hat wahrscheinlich trotzdem den Haifisch gekocht, oder? Äh Schnapper mit Jamswurzelsuppe Dies ist ein Gericht aus gegrillten Schnapper samt Schnapperroggen Die gedämmt und anschließend mit Jamswurzel verfeinert wurden Die Suppe hat einen aromatischen Fischgeschmack Hm, das ist also eine japanische Suppe, ja? Sie kombiniert einen milden Geschmack Mit einem scharfen Geruch Interessant Das ist der Geschmack des Shishimis Eine Prise einer Gewürzmischung aus sieben Gewürzen Und das nächste Gericht ist Ein paar Minuten später Also nur noch das Tempur und das Dessert sind übrig, ja? Was genau enthält das Tempur? Doch für keine Krevetten, oder? Die Art, die oft mit gewöhnlichem Reis serviert werden Äh... Das Dessert sind wohl einfach nur Früchte Das kenne ich doch schon alles Es ist schwierig, Ihre Reaktion zu deuten Waren wir erfolgreich? Wie hat es Ihnen geschmeckt? Gefällt Ihnen unsere japanische Küche? Es war so gut, wie ich es erwartet hatte, denke ich Ich denke, ich würde eines Tages wieder hin kommen Und bei andererseits, warum sollte ich für ein durchschnittlich gutes Essen extra ein Hotel aufsuchen? Ich bin mir sicher, dass unsere Küche besser ist, als die der meisten Restaurants Diese Schleppersuppe war recht interessant, aber das war es auch schon Lässt sich aber auch nur eine fischige Suppe Mit einem scharfen Nachgeschmack Dass Sie Jamswurz hinzugefügt hatten Oh je, die Textur hat mir nicht gefallen Oh, das tut mir leid Sonst scheinen Sie japanische Küche nicht sehr zu mögen Und wir haben Ihnen auch noch japanisches Essen serviert Das war mein Fehler, verzeihen Sie mir bitte Schon gut Es hat zwar nicht geschmeckt, aber es war immerhin gesund Hier gibt es ja kein Wellnesszentner Also muss das Essen ja auch gesund sein Äh, dürfte ich unterbrechen? Bancho? Erlauben Sie mir vorzustellen, ich bin der Chefkoch Bancho ist mein Name Ich rede sonst nicht viel und habe in den letzten Minuten ruhig zugehört Doch ich fürchte, ich kann einfach nicht mehr ruhig bleiben Ach, wollen Sie mir etwas persönlich sagen? Angrüblich sollte das Essen hier besser als in den meisten Restaurants sein Ja, Bancho, die Dame hier ist einfach nur Es ist auf jeden Fall mein Fehler, dass ich Ihnen nicht das Essen zubereitet habe, das Sie mögen Aber würden Sie mir eine Chance geben, es besser zu machen? Was? Oh, äh, meine Güte, ich bin eine vielbeschäftigte Frau Was Sie heute probiert haben, entspricht nicht dem, was ich wirklich kann Ich möchte Ihnen etwas wirklich hervorragendes kochen Bancho, du meinst doch nicht etwas Hm, also Sie denken, Sie könnten etwas zubereiten, das mir schmecken würde? Also gut, ich werde warten, aber denken Sie daran Meine Zeit ist kostbar, es sollte sich also besser lohnen Bancho, du denkst doch wohl nicht etwa an Warum geht's, Frau Yoshi? Habe ich etwas verpasst? Alles fertig Bitte, die Dame Dies ist im Stück gekritte Haifischkopf Oh mein Gott! Das ist ja ein als ganzes gebrateter Kopf Ein fantastisches Gericht Das Fleisch der Wangen wurde nicht entfernt Ich habe ihn als ganz gebraten, um die Saftigkeit zu bewahren So etwas werden Sie nirgendwo anders bekommen Ein exklusives Gericht, das aus den bestmöglichsten Zutaten bereits zubereitet wurde Nehmen Sie das sofort wieder mit Und das nehmen Sie ein Gericht? Aber was sagen Sie da nur? Probieren Sie doch ein Stück Sie werden sich reinsetzen bei Ihnen, garantiert Das gefällt mir alles überhaupt nicht Und das ist der Service des berühmten Dugong-Hotels? Es ist alles mein Fehler, bitte verzeihen Sie Und jetzt Bancho, Yoshi, ich erwarte ebenfalls eine Entschuldigung Tut mir leid, Frau Loos, ich hätte das alles verhindern müssen Es geht beim Essen doch nicht nur um das Äußere Warum probieren Sie es nicht wenigstens, Frau Loos? Bancho, jetzt ist nicht der Zeitpunkt um Ich finde das alles sehr unangenehm Ist hier irgendwo eine versteckte Kammer, oder ist das eine Art von Bestrafung? Das wird ein Nachspiel haben Damit kommen Sie alle nicht so einfach davon Ich gehe, stornieren Sie mein Zimmer Setzen Sie die Gebühr auf die Rechnung, das ist mir egal Und nach diesem Erlebnis erkündigte Bancho seinen Job im Hotel Mit der Begründung, er bräuchte mehr Training Ich glaube, er hat nicht unbedingt das Kochen selber forscht, sondern eher die Zutaten und Kochmethoden Ich verstehe Verstehe Aber ich bewundere ihn dennoch für seine Hartnäckigkeit und sein Glauben, dass er auf dem richtigen Weg ist Gerade diese Sturheit hat ihn überhaupt erst auf die Stufe der Kochkunst gebracht Seitdem er mich auch mit euch arbeitet, benutzt er sogar soziale Medien Er hat sich irgendwie verändert, und zwar zum Guten Ich glaube, ihr tut ihm gut Bitte haltet eure Zusammenarbeit aufrecht Ich werde Ben schon nach Kräften bei seiner Kochkunst unterstützen Ja, das ist halt, wenn man nur aufs Äußere achtet, ne? Das war bestimmt ein sehr leckeres Gericht eigentlich Und Dave, du warst gestern gar nicht da, ich hab mir schon Sorgen gemacht Ich konnte dich auch nicht über Funk erreichen Ich war gestern im Dorf des Seefolges Du warst was? Was ist passiert? Hm So, und es war so Oh, nein Äh oh 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 Hih I também Verstehe, ich bin leitere dich wirklich Was für eine glückliche Erfahrung Hm Ich weiss nicht wie ich helfen kann, aber es ist klar dass sie Probleme haben, die sie lösen müssen Ja Ja Warum sprichst du nicht zuerst mit den Dorfbewohnern? Ich würde ja auch gerne gehen, aber wie du bereits sagtest, kann nur eine Person den Seefolgt Spiegel benutzen. Nee, schade. Hahaha, was für eine unerwartete Wendung der Ereignisse. Wenn du eines meiner Werkzeuge brauchst, vergiss nicht im Cupra-Laden vorbeizuschauen. Ja, ich muss zuerst den Seefolgt Spiegel benutzen, um ihr Dorf zu besuchen. Da ist der Spiegel. Du kannst den Spiegel der Tänzchen, die ihr gegeben hat, verwenden, um sofort auf das Seefolgt zu reisen. Der Spiegel ist solarbetrieben und kann deshalb nicht in der Nacht verwendet werden. So, mit dem Spiegel kann ich instant darunter reisen, ne? Guck's da. Wir bieten auch Tiefsee-Fisch-Sushi an. Der kommt uns besuchen. War ich wirklich so betrunken? Wie peinlich. Oh, wenn ich mal jemand, der mich lobt. Sonst werde ich nur getreten. Eine Langnasenschmere war das. Na gut, so viele Viecher scheint es aber da unten nicht zu geben. Und alles, was da unten ist, ist, äh, tagsaktiv. Es gibt einen extra Reiter nur für Seepferdchen. Das ist interessant. Okay, diese Seeigel und die Weißfluss-Garnelen, die bringen jetzt aber, glaube ich, nicht so viel Geld, ne? Eben kurz nochmal gucken. Ich kann mir auch noch gedämpften Wolfsaal... Echt denn, der bringt... 550... Ja, bitte! Der kommt auch auf die Speisekarte. Der wirkt mir richtig Cash-Spring. Da braucht man ja nicht weiter diskutieren, dass der auf die Speisekarte kommt. Ach, die Langnasenschimäre, ne? Die haben wir auch noch. So, veredeln. Oh nein, das Grauen! Ich liebe diese Sequenz. Ich liebe sie einfach. 117 ist der wert, der komische Schimären-Fisch. Okay, wir wissen von zwei Sachen, dass ich sie auf die Speisekarte setzen will. Die Rittenquallen, die könnten wertvoller sein. Die sind Weißfuß-Garnelen. Die wiegen nix und die kann man so gut verkaufen. Ach, die Sätpferdchen. Sieht aus, als hätte man ihm einfach nur einen Spieß durch den Hintern gesteckt. Und den Segel... Der ist ja gar nix wert. Dafür, dass er so viel wiegt. Ach man, ich brauche Salz und schwarzer Essig, um den auf die Liste zu setzen. Die Spiegelein-Quallen, die sind echt gar nix wert. Gab's nicht noch ein Zusatzgericht, das sie mit innen hatte? Ne, die gepunkteten Wurzelquallen. Spiegelein-Quallen, die sollte ich echt nicht mitnehmen. Die sind gar nix wert. Ist ja klar, ich hab sie jetzt mal hier. Aber wenn, sollte ich eher diese Wurzelquallen nehmen. Und ich muss natürlich Salz damit, weil dann kann ich dieses Gericht kochen. Und das sollte eigentlich richtig viel Geld bringen. Also, wir haben ein Ziel, Wurzelquallen. So, wir sind im Dorf des Seevolks. Ich hoffe, ich kann von hier unten aus auch so diese Lampe kriegen. Guck mal, oben rechts hab ich das jetzt, diese Leiste mit der Karte. Mimas Restaurant. Sion, Sion, bist du der Mensch, über den wir die ganzen Gerichte gehört haben? Ho, 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 ho. Ho, und du siehst gar nicht so gruselig aus, wie ich erwartet hatte. Hey, ich bin Mima. Ich betreibe ein Restaurant im Dorf. Wie scheiße, da rief. Ich werde eine Weile im Dorf aushelfen. Ha, ha, ho. Von einem Menschen zu erhalten, das... Von einem Menschen zu erhalten, das habe ich noch nie für möglich gehalten. Mal sehen, ist ja nicht so, als könnte ich dich zum Kochen einspannen. Meine Güte, ich vergaß. Aber guten Abend haben Lunchboxen bestellt. Oh, die Torwäsche, die ich vorhin flüstern würde. Ja, würdest du vielleicht die Lunchboxen mitnehmen, die ich vor die Tür gestellt habe? Sie sollten doch immer am Tor dienst schieben. Bitte, ich bin Mensch. Ja, aber ich bring's vorbei. Ach, jetzt habe ich immer noch den Kack mitgenommen. Hier, ich hab was für euch. Ah, Mensch, was gibt es? Ich wurde gebeten, dir diese Lunchboxen zu bringen. Hm, die sind von Mima. Du hast da doch nicht etwa unterwegs Gift hineingepackt, oder? Ach, wieder reingepackt. Gut, in Ordnung, dann gibt's ihr ja. Gute Arbeit nehme ich an. Ich glaub, die mögen mich nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Wofür ist das hier? Nur schau dir dieses Schild an. Heißt das, ich kann hier auf einem Belube reiten? Ich will. Samenladen. Hm, bist du dieser Mensch? Mensch, nicht Mensch. Hohoho, das sieht interessant aus. Du hast nicht einmal flossen. Er erinnert mich an jemanden. Was ist das für ein Laden, den du führst? Ich verkauf hier verschiedene Samen und auch Blumen, die man dem König Long anbieten kann. König Long? Sag mich. Es tut mir leid, dass ich heute so müde bin. Ich schlafe in letzter Zeit so schlecht. Meine Güte, sag mir nicht, dass du nicht weißt, wer König Long ist. Ist der große König, der dieses Dorf vor der Katastrophe bewahrt hat. Es ist ganz schön schwierig, sich mit dir zu unterhalten. Ist das in dir eigentlich klar? Geh und biete König Long erstmal eine Blume an. Die Blumen an den Gaben stehen draußen auf der Plattform. Nimm dir eine. Ohne König Long wäre das Seefolk schon ausgestorben. Es ist eine sehr einfach. Ich sehe das auch von Blumen. Wo gehe ich raus? Da gehe ich raus. Okay, da ist die Blume. Wo will sie hin? Stell sie mal da ab. Gib erstmal hier ab. Oh, du hast sie abgeliefert. Die Menschen sind gar nicht so übel. Ich sage Bescheid, wenn ich wieder etwas brauche. Ich habe Bei 10 bekommen und Vertrauen 10. Was ist Bei? Und wo will das hier eigentlich hin? Irgendwo noch rechts, weil nach links gibt es ja nichts. Was ist das für ein Zaubererportal? Das ist die Statue. Oh, diese Statue ist also von König Long. Er ist dieselbe Person wie auf dem Bild im Aufzeichnungsraum. Ich denke, ich kann die Blume auf die Plattform vor der Statue stellen. Ich habe getan, was er für ihn verlangt hat. Also sollte ich zurückgehen und mit ihm reden. Was ist das die für ein Ding? Ich kann damit nichts machen. Ein Anfragebrett. Doch, doch nicht einfach so aus dem Nichts aus. Meine Kiemen zittert richtig. Meine Güte, ich habe noch nie einen Menschen gesehen. Du hast ja Beine wie eine Krabbe. Ich will auch mitspielen. Ich habe schon gehört. Ich bin schon 200 Jahre alt. Das ist das erste Mal, dass ich einen Menschen sehe. Was machst du hier? Ken schon meint, du könntest hier bleiben. Okay, aber spazier hier nicht so viel rum. Okay, mehr hat er mir offenbar nichts zu erzählen. Okay, hier scheint es zu lange, aber sicher Ende geländen zu sein. Hey, du bist der Mensch, der in unserem Dorf umhergezogen ist, richtig? Ja. Was für eine schlucke Dekoration, was ist das für ein Ort? Wir im Seefock arbeiten jeden Tag hart. Hier ist ein Ort der Freude für die hart arbeitenden Dorfbewohner. Ich kann also nicht reinkommen, richtig? Hey, schon gut. Die Spätschüse ist kein Hindernis für den Genuss, oder? Ja. Ach ja, du bist im Dorf, mit Stimmts? Ja, schätze, so ist das fürs Erste. Ich bräuchte Hilfe bei etwas. Die Sechse-Solomens-Veranstaltung-Fehlpfädchen-Rennen, die äußerst beliebt sind. Das jüngste Erdbehmatikan-Tiere zu stütten. Alle Fehlpfädchen sind auf und davon. Sie sollen noch im Dorf sein. Kannst du sie für mich einfahren? Ja, kann ich machen, wenn ich sie sehe. Da fällt mir ein, dass man mir einen Insekten nutzt. Schüttel, ich glaube, die Fählpfädchen einfangen könnte. Also muss ich Seepädchen sammeln. War mir denn hier Seepädchen? Also sehe ich Fählpfädchen gesehen. Stieß mir bei meiner Farbenarbeit im Weg. Du bist ein Seepädchen. Wollt ich das ganze Dorf absuchen in den Seepädchen? Weißt du, eine Frage. Wie könnt ihr unter Wasser Flüsse haben? Erklärt mir das. Erklärt mir diese Unlogik. Da ist ein Seepädchen. Okay. Giraffen Seepädchen. Da stimmt auch eins. Ein Igelseepädchen. Ich kriege sie ja sogar auch für die Liste, ne? So, eben können wir jetzt erstmal sagen, was wir die Blumen abgeliefert haben. Ich habe ein bisschen gelinst und es scheint, das hättest du jetzt ganz ordentlich gemacht. Trotzdem kann ich nicht einfach einem Menschen trauen, der nicht aber weiß, was König Dong getan hat. Geh und liest ein bisschen was nach oder so. Ich habe schon wieder irgendwie beibekommen. Also, was ich mit dem Vertrauen mache, weiß ich ja. Och, in den Häusern können die auch sein. Zwergseepädchen. Da gucke ich auch mal in einem anderen Gebäude hier. Vielleicht ist das ja auch da drin. Creme, Haifischstelle, finde die Perl? Das ist das Haifischspiel, das du mit Junak spielst. Erinnere dich an die Haifischkar... Erinnere dich an den Haifischkar, den du schon manchmal zu sehen bekommst. Es werden Zahlen zwischen 1 bis 3 gewählt. Und wer sie zuerst bewirbt, verliert. Äh, 10. 3. Ach, dieses Spiel! 2. Dieses ganz alte Kinderspiel. Wie hieß das noch mit diesem Hippo? Ich mache mal nur einen. Das Ding hat mir in die Hand gebissen. Und finde die Perle? Ein Hütchenspiel. Im Gigienspiel versuchst du den Einsiedlerkneb zu finden, der die Perle versteckt hat. Harte, welche erflotten Einsiedlerkneb zu finden, der die Perle versteckt hat. Okay, unten rechts. Und rechts. Oben links müsste es sein. Easy. Aber der Gewinn ist ja mager. Obwohl ich das nicht so gut einschätzen kann. Jetzt habe ich aus Versehen noch mal gewettet. Ich wollte gar nicht wetten. разрuchst du den Einsiedlerkneb zu finden. Was ist das für die Perleuner? So, reden. Hehe, sieh mein Ahn, ein Mensch. Das war bestimmt ein beschwerlicher Reise für dich hier runterzuholen. Es gibt doch nicht über ein paar Spiele, die das Arznealien in Schwung bringen, wenn man müde ist. Spiel dann, Spiel mit mir, hehe. Hauptsinn, eigentlich sind die Ergebnisse bloß so schnell. Die bessere Frage ist, wo ist dieses Kack-Sedpferdchen? Na, oh, hochnäsiger Pimpf, Angeber, Lüchner. Hey, ich steh für nicht zu viel drauf, warum? Dein Ei über nem Bein bürstet doch nicht noch im Seegras schicken. Alter, der Typ bettelt um Schläge. Passt, das Seedpferdchen. Hallo. Ach, hey, die Beben werden immer stärker. Mensch, behalte ich und helfe den Dorfbewohnern, um ihr Vertrauen zu verdienen. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du mir etwas helfen könntest. Du musst ja auch, dass vertraune Dorfbewohner arbeiten. Sie haben viel schlechtes über Menschen gehört und haben den Kontakt zu ihnen lange Zeit verbieten. Ich helfe zuerst den Dorfbewohnern. Man muss aber auch echt sagen, dass manche Menschen wirklich scheiße sind. Obwohl, was heißt manche Menschen? Mehr als die Hälfte der Menschheit, die es gibt, kannst du tatsächlich in die Tonne treten. Und weil die so scheiße sind. Das ist jetzt auch nicht wirklich als Beleidigung gedacht, aber es ist halt wirklich so, dass sehr, sehr viele Menschen einfach nur gefühlt ein Haufen Scheiße sind. Ein Haufen Scheiße auf beiden. Und damit meine ich vom Verhalten her. Manche fühlen sich zum Beispiel wie der größte King die ganze Zeit auf. Was schon recht verabscheuungswürdig ist. Viele Menschen werden ja auch von anderen schikaniert. Gedemütig etc. Sian, Sian, du hast alle Seedpferdchen zurückgebracht. War gar nicht so einfach, sie zu finden. Jetzt können wir unsere Seedpferdrennen wieder aufnehmen. Ich habe 20 Vertrauen und 20 bei. Hange die Seedpferdchen ein. Als Dank für deine Hilfe werde ich dir ein Seedpferdchen vermachen. Wow, wo kann ich eins finden? Ich möchte mit Jame, die du vor der Rennstrecke finden kannst. Ich hoffe, wir sehen uns im Spielsalon, Mensch. Das ist eine Frau? Das hat ja einen Typ. Ne, das ist nicht der. Die Frage wiederholt sich. Das ist eine Frau? Meine Güte, du bist der Mensch. Ich bin Jame, ich betreibe diese Seedpferdchen-Rennstrecke. Wie ich gehört habe, konntest du alle entlaufenden Seedpferdchen zurückbringen. Vielen Dank dafür. Ich habe es schon von Linchen gehört. Wir schenken dir ein schönes und starkes Seedpferdchen als Dank für deine Müden. Ja, ja, das Seedpferdchen. Neue Inhalts-Seedpferd-Rennst. Wow, ich habe solche Seedpferdchen schon woanders gesehen. Können sie auch hier rennen? Hallo. Alles klar, bring die zu mir und ich werde sie für die Rennen registrieren. Oh ja. 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 Wähle nun das Menü Rennen, um dich für das Rennen stark klar zu machen. Hier kannst du die Strecke auswählen und dein Rennen beginnen. Da du neu bist, ich schlage vor, du solltest am besten Strecke C für Anfänger wählen. Hier siehst du alle Teile und kannst einsehen, gegen wen du eintrittst. Willst du jetzt ein Seedpferdchen für das Rennen aussuchen? Hier kannst du eines der Seedpferdchen auswählen, das du registriert hast. Oh, die Ausdauer des Seedpferdchens ist sehr wichtig. Hab immer ein Auge auf dem Pfeil auf der rechten Seite. Sobald Seedpferdchen an Rennen teilnehmen, müssen sie ihre Ausdauer regenerieren. Du solltest da immer mehrere Seedpferdchen haben, die für ein Rennen bereit sind. Nehmen wir erst einmal dieses hier. Hörbe, du bist jetzt stark klar. Los geht's. Feuere mit A dein Seedpferdchen an. Und das Tempo der Seedpferdchen zu erhöhen und das Rennen zu gewinnen. Wenn dir eine Anzeige über das Grüne hinausgeht, wirst du langsamer. Also gib acht. Es gibt verschiedene Klassen und Typen von Rennen. Höhen und Kombinationsrennen bieten bessere Preise. Oh, der eine da, der sieht ja wie ein richtiger Gewinner aus. Ich glaube an dich. Du bist das beste Seedpferdchen aller Zeiten. Gib Gas. Einfach der Letzte. Ach du meine Güte, meine Erklärungen waren vielleicht nicht so gut, aber keine Sorge, jeder fängt mal klein an. Ich hab's versucht, Leute. Ich glaube, ich brauch ein besseres Seedpferdchen. Okay, war das alles, was wir hier erledigen können? Ich glaube, ja. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach ein paar Fische oder besser gesagt ein paar Quallen und machen uns dann aus dem Staub. Ich sehe einen neuen Fisch. Eine Seekröte. Gehen wir mal wieder vorbei. So, hab dich. So, und dich will ich auch noch mitnehmen. Ach, hier kann ich wieder ein Seepferdchen empfangen. Ein gepflegtes Seepferdchen. Ich glaube, wenn ich diese Wurzeln und Qualen sammeln will, sollte ich vielleicht von oben kommen. So, das, da würde ich gerne einmal abbauen. Oh ja, vorher muss ich dich ausschalten. Für den Fall. Opal-Erz. Äh. Ich schmeiße eins der White Seedpferdchen weg. Und die Tiger-Moräne. Die geht auch hoch, wenn ich in die Nähe komme. Die Bomben sind ja ultra kacke. Habe ich übrigens richtig gesehen, dass, äh, sich mein Sauerstoff aufgefüllt hat, als ich das Dorf betreten habe? Weil ich habe nicht die volle Ausdauer gehabt. So, registrieren. Guck mal, das White Seedpferdchen, das scheint richtig gut zu sein. Machen wir mal ein Rennen mit dem... Es gibt ein Team-Rennen. Okay. Mit dem... anderen Seedpferdchen hier. Ach, dem geht es heute nicht so gut. Da sieht man, dem, äh... Dem ist heute nicht so schön. Aber das hier... Dem scheint es prima zu gehen. Okay. Dieses Seedpferdchen wird gewinnen. Ich spüre es. Oh, guck mal, wie es abgeht. Es geht ab wie ein Zäpfchen. Lauf! Lauf, kleines Seedpferdchen. Äh, schwimmen, meine ich. Die anderen sind noch nicht mal im Ziel. Wird ihr in der Zeit denn überhaupt noch aufgewertet? 17,53 Sekunden. Man kriegt auf jeden Fall diese komische Währung dafür, wenn man hier gewinnt. Okay, ab nach oben. Wir haben zwei neue Sachen bekommen. Diesen komischen Tentakel und das Opalherz. Und wir haben wirklich viele Quallen geholt. Seekröte ist auch neu. Wann schon wird dann Spaß haben, das Ding zu kochen? So. Bevor ich es vergesse. Wieder her mit der Delfinheitskette. Die ist wesentlich praktischer. Das ist ja wirklich. Kann ich das schon irgendwo verwenden? Hier will ich das Elektroplaxia Reptonqualle hin. Mich interessiert, wo das Erz, was ich eingesammelt habe, hin will. Einen violetten Seeschön noch und wir können die Schlafpistole auf jeden Fall mal verbessern. Das sieht für mich immer noch nicht wie eine Kröte aus. Selbst wenn das so rangesoomt ist. Das sieht eher wie so eine Unterart von einem Welz aus. Aber doch nicht wie eine Kröte. Ach, kann es sein, dass man von jener Art nur eins registrieren kann? Weil ich hatte mir nicht zwei von den Seepferdchen eingesammelt. Okay. Ich habe ja gesagt, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Und das werden wir auch, weil es ist jetzt bei mir schon gleich 22 Uhr in der Minute. War doch ein entspanntes Thema wieder. Wir haben keine der Aufgaben da oben links erfüllt, außer der Hauptaufgabe. Aber wir haben ein paar Hunden im Seefolgdorf erledigt von den Aufgaben. Es passt ja. Fragt mich, wie da das sein wird. Ob das wirklich jeden Tag neue Questen sind. Dann muss ich ja wirklich jeden Tag, oder ob das bei jedem Tauchgang ist. Also ich werde sowieso beim nächsten Tauchgang nochmal von da unten aus starten. Weil ich von dort aus, äh, ja die guten Qualen ein bisschen mitnehmen kann. Naja. Ebenfalls an der Stelle hoffe ich, dass der Stream heute allen Spaß gemacht hat. Wenn ja, dann lasst ein Abo und ein Like auf YouTube da, ein Follow auf Twitch. Und wie immer verabschiede ich mich von YouTube als erstes an dieser Stelle. Euch nur einen schönen Tag, liebe YouTuber-Gesellschaft. Was. Was.